Damen und Herren, Gentleman and Gentlewoman, Herren und Damen der Ringe, ich weiß nicht, was das letzte sollte, wir sind wieder in Elex, wahrscheinlich einer der letzten Spielstunden nicht zu spielen, ich schätze, wir sind schon ziemlich nah an den letzten Quests, wo, er macht einfach mal einen Crown Pound und dann werden wir, nächstes Playthrough, was wahrscheinlich in dieser Episode schon längst gestartet hat, Tiny Tina's Wonderland angehen, yay, was mache ich hier, was willst du, warte mal, ich habe schlechte Neuigkeiten aus Tavar, ich weiß nicht genau, ob es stimmt, aber... Was, was stimmt? Wer ist das? Oh je. Gerüchteten. Gerüchte zufolge hat der Patriarch Victor seine Truppen in Stellung gebracht und will das vorangreifen. Oh nein! Oh ja! Verdammt, ich habe so etwas geahnt. Jemand muss sie aufhalten, bevor es zu spät ist. Dieser Mistkerl. Ich werde ein ernstes Wörtchen mit Victor reden müssen. Wenn überhaupt jemand etwas gegen seine Strafexpedition tun kann, dann bist du es. Viel Glück. Weiß ich auch nicht. Weißt du das, Kaya? Ich meine, du solltest schon längst auf dem Weg dorthin sein und was unternehmen, oder? Oder? Was meinst du, Kaya? Oder? Nehme ich dich überhaupt weh? Du schaust ein bisschen defensiv aus und ein bisschen unbeeindruckt davon. Vielleicht gibt es eine Chance, dass ich ihm beitrete und die... Oh, sie wird mich hassen. Vielleicht habe ich ja die Chance, dass ich Victor beitrete und dann mit ihm das vorübernehme. Das wäre doch interessant. Mein Kopf. Mit Kaya im Schlepptau. Mit Kaya im Schlepptau. Die Infektion. Hatte sie schon fast wieder vergessen. Ich sollte meinen Geist trainieren, bevor irgendwelche Dinge mit mir passieren. Ups. Upsi. Das nächste Mal. Das nächste Mal, wenn wir in der Bruch sind, wird der Geist trainiert. Oh, er ist entkommen. Au. Oh, das war ein Crown Pound. Ne, ne. 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 Das wird sich nicht gut auswirken. Vielleicht hätte ich doch mein Training machen sollen zuerst. Ja, wir wissen es, wir sind wieder dort. Na schön. Ist ja toll. Okay. Dann. Dann gehen wir halt Training machen. Ich stehe. Ja, wir wissen es, wir machen es. Oh je, das sollten wir hier machen müssen. Mitkommen. Warte mal, wo ist Kaya? Okay. Das wird sich hier bei Dex irgendwo rumhängen, oder? Nein, wird sie nicht. Okay, nehmen wir Growney mit. Das ist Kaya. Weiter zu den Typen da unten. Das ist Victor. Ach, komm schon, Victor. Nur den kleinen Rohr. Mach dir keinen Kopf. was? 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 Was ist hier los? Ich sollte mich besser beeilen, Victor's Strafexpedition aufzuhalten, bevor Tawa in Flammen aufgeht. Oh. Oh. So muss ich jetzt seine Leute killen. Ja, ja, ja. Bad girls an mir hängen, natürlich. Muss ich natürlich auch mit sich reden. Ja. Dann nicht zu darf aus. Das ist kein Schuss. Oh. 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 Ja. Denk ich mir auch gerade. Der mit der Shotgun muss weg. Okay. Er schießt nicht mehr Shotgun, das ist schon der Anfang. Uh. Ah. Er hat endlich nach. Er hat eigentlich mehr Schaden in den Shotgun reingesteckt. Oh. Ist das nicht Victor? Nein, das ist nicht Victor. Er lebensaft. Das ist ein fett Teil. Ja. Ich brauche das Leben. Außer wenn ich mich da jetzt reingezogen habe. Fett Loot geben. Dorsche. Ich brauche das Leben. Oh. Uh. Oh. 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 menschliche Gegner. Die zücken immer Shotgun. Ja, Kroni. Das ist echt ein richtig fetter Fight. Komm, diesmal eine Runde. Nein, keine Granate werfen. Oh, der ist in Trank ein, Alter. Der ist wieder geflogen. Keine Granate. Keine Granate. Er hat es geworfen. Er hat es geworfen, glaube ich. Blut ich mir. Er hilft einfach eine Granate. Kroni, du wirst verfolgt hier. Da ist schon wieder wer mit Granate. Oh, oh je. Er ist ausgewichen. Oh. Nein, Granate. Boah. Das ist ein Psychos. Er schießt mich einfach mit der Schluckwind an. Oh. Verdammt. Ja, er hätte ein bisschen besser tanken können. Keine Ahnung, wo die Oide wieder ist. Oh, ich muss schnell speichern. Ich hoffe, ich kriege Shotgun-Money. Gartenschwärzer. Oh, wie viel Energiezellen habe ich. So. Nicht viel, nicht viel. Ziemliches Schlachthaus schon hier. Hm. Warte. Warte. Ich habe mich nicht übersehen. Flieg. Wuuu. Ah. Das ist gut. Das hat irgendwer dann gezipft. Das ist ein Crony. Super Kick macht mir gar nichts. Mal schauen, ob ich im Grunde noch Regattenschwert erfinde zum Upgraden. Wird ich endlich einen Schwertschaden machen und noch einen Circle einsetzen kann. Boah. Kleriker killen, oder? Oh. Uff, uff, uff. Ich habe sogar eine fette Truhe hier. Leer. Oh. Hier, wo ich gerade bin, war mal ein Kleriker Outpost. Ich glaube, bin ich ein paar Mal gestorben auch. Boots, aber keine Schroten-Money. Oh. Das ist gut. Ich glaube, ich habe mich oder ich habe einen Crony, der Typ. Wuscht. Ha! Ah, die Dodges. Und dann gehe ich auf die Nuss, nachdem ich gesagt habe, die Dodges. Hm. Oh, meine Muni. Okay, gute Arbeit, Muni. Nein. Oder ein Messer raus. Okay, jetzt ist er weg dann. Einer noch? Ah, den lassen wir überleben. Dann schicken wir zurück mit der Nachricht, dass ich alles hier geschlachtet habe. Den ganzen Tropen voller... Oh, die Ratte. Wo ist die Ratte hin? Äh. Wenn sie nicht zu klein wäre, wäre sie unholt Futter. Was braucht noch eine Ratte? Ja, Alter, ich habe keine Leute gekillt. Das tut es. Wow. Dann habe ich genug Flasch mit, um alle meine Wunden zu heilen. Wie ist das mit dir? Verdammt. Die Scheiße hier werde ich mit Victor noch einmal neu verhandeln müssen. Ja. Vielleicht nehmen wir Neste mit zum Verhandeln. Das war noch nicht Kaya, die nur... Oh je, sagt. Meine Leute wurden abgeschlachtet. Da kann man nichts machen. Da war ich schon mal. Das sollte nicht mehr zum Looten sein. Oh je. Was kann man da machen? Okay, gehen wir zu Victor. Er ist einfach abgehaut. Seine Leute im Stich gelassen. Das geht nun mal gar nicht. Hochverrat nun mal. Hui. Wo ist er denn? Was macht er denn? Verdammt noch mal. Was ist da draußen passiert? Warum steht Tava immer noch nicht in Flammen? Ich habe dafür gesorgt, dass du deine Vereinbarung einhältst. Verdammt. Du Mistkerl. Hast meinen sicheren Sieg über die verdammten Ketzer des Westens vereitelt. Du Idiot. Scheinst immer noch nicht zu begreifen, worum es hier geht. Die Skians werden uns einatmen und wieder ausspucken, wenn wir unsere Streitkräfte in solchen Kleinkriegen aufreiben. Ach, dein Gerede ermüdet mich. Solange du nichts Handfesteres hast als das bisherige Geplänkel, werde ich weiter an meinem ursprünglichen Plan festhalten. Am besten gehst du mir in nächster Zeit aus den Augen. Deine Gegenwart widert mich an. Und falls du dich fragst, warum ich dich nicht auf der Stelle getötet habe. Ich habe da leider noch eine gewisse Verwendung für dich und deine lächerliche Truppe in der Bastion. Das wirst du noch merken, wenn die Zeit reif ist. Du wirst uns attackieren. Es gibt im Moment nichts, um das ich die sechste Macht kümmern müsste. Außer dem Problem mit dir. Ist das so? Nun gut. Dann lass uns darüber reden, wie wir jetzt weiterverfahren. Aber nicht nur das. Ich habe da einiges für dich, was dich interessieren wird. Die relative Unsterblichkeit. Die Skians haben sie gepachtet und sich selbst damit zu einer nahezu unzerstörbaren Spezies erhoben. Sogar die angestaubten Technologien der alten Welt verwenden sie gegen uns. Wahrzeichen der längst vergessenen Infinite Skies Corporation. Korrodierte Rechner, zerfallene Fabrikruinen. Ja, selbst die völlig ausrangierte künstliche Intelligenz der Kleriker spielt ihre Rolle im Krieg um die Vormachtstellung von Magallan. Der teuflische Plan der Skians scheint aufzugehen. Doch ich weiß, man kann sie töten. Ihre Unsterblichkeit ist eben nur relativ. Die Steigerung unserer Streitkräfte der Menschen und die Schwächung der ihrigen werden langsam zum wichtigsten Punkt auf unserer Agenda. Die Menschen beginnen zu verstehen, dass sie die Invasoren nicht weiter ignorieren können. Genauso wenig wie ich. Die weiter fortschreitende Infektion macht mir schwer zu schaffen. Bald wird sich zeigen, ob mir Dawkins' Rat, meine Willenstärke zu trainieren, Linderung verschafft. Aus Dawkins selbst werde ich allerdings noch nicht so ganz schlau. Auf der einen Seite scheint er tatsächlich der Menschheit dienen zu wollen. Auf der anderen Seite führte er uns nicht im Krieg gegen die Alps an den Rand des Untergangs? Was ist sein Plan? Was will er wirklich? Und warum taucht auf einmal mein verräterischer Vater wieder auf? Gerade jetzt, wo alles auf Messerschneide steht. Schwere Aufgaben, die vor mir liegen. Und viele Fragen, deren Antwort ich sehr bald kennen werde. Berichten zufolge versteckt sich dein Vater irgendwo am nördlichsten Rand von Ignadon. Warum sagst du mir das erst jetzt? Sei froh, dass ich es überhaupt mache. Bisher hatte ich wenig Anlass, mich in deine familiären Probleme einzumischen. Jetzt, wo du weißt, dass Vardek da ist, habe ich keine Zweifel, dass du ihn auch finden wirst, wenn du nach ihm suchst. So, damit wären wir uns einig. Fürs Erste. Gehe jetzt und erledige deine Angelegenheiten. Orto, weitere Kontrollknotenchips in Ignadon. Ah, sehr gut. Ich kriege diese eine Frage nicht mehr aus dem Kopf. Wie genau funktioniert die Symbiose der Skyens mit ihren Maschinen? Ist es so wie bei Dawkins und dem Hybriden? Nein, starte die Analyse zur Beantwortung dieser Frage, sobald wir die Chips gefunden haben. Könntest du das nicht aus der Distanz machen? Müssen wir uns wirklich jedes Mal um die Dinger prügeln? Die Reichweite meiner Sensoren ist begrenzt. Du ortest die Chips doch auch über Kilometer Entfernung. Das Fehlerpotenzial steigt exponentiell mit der Entfernung. Ah, und wer will das schon? Commander. Gut, gehen wir die neuen Chips suchen. Positiv. Hey, ho, let's go. Die Ortung liegt direkt vor uns. Also wie immer, du folgst mir und wir holen uns die Dinger. Das ist eine Steinklaue neben uns. Ignorieren wir die einfach? Ah, mein Kopf. Glauben nicht. Mist, Mist. Daneben geschwungen. Wohin gehst du? Es haut einfach ab. Ah. Hey, hör auf, warum zu fliegt. Sehr schön. Viele tote Winkel entdeckt. Erhöhe Gefahrenstufe. Starte erweiterte Sensorenabtastung. Was auch immer du sagst. Da waren wir schon mal. Ne, waren wir noch nicht. Wir haben das Eisland sehr wenig erkundet. Aber wie es auch stattfindet, müssen wir... Erneut mehrere Fluktuationen der neuronalen Systeme. Die Skions wissen offenkundig, dass wir ihre Chips analysieren und zerstören. Sollen sie? Wir werden sie schon erwischen. Ohne kümmert sich um den Madronen. Mich um das Scheusal. Jetzt hat er mal meinen Schwertschaden bekommen. Da sind sie ja schön. Wo ist Captain Sok? Ah. Da habe ich auch nicht viel Schuss. Da habe ich gerade einen Ding-Donger rumfliegen sehen. Beeil dich damit. Gleich geht's los. Hm. Was haben wir hier? Was ist der tote Stoffpire? Ja, ich habe einen Stoffpire aufgehebt. Gehebt. Gehoben. Gehebt und gehoben. Egal. Messer. Alle. Alles. Wo ist der Schrotpatron? Kanonen-Monik. Ah, die Kanone war ein bisschen nutzlos. Ich hatte einen Gegner, der ziemlich stark Schaden gegen mich machte. Aber ansonsten... ...hat das Ding noch nichts gebracht, wie ich es benutzt habe. Aui. Die Bilder waren im ersten Spiel ganz schwierig zu kämpfen, zu bekämpfen. Sehr fettes Gebiet hier. Sehr fett, was los. Schleimdragorn. Ja. Nein. Uuuhh. Ah, Mist. Flugschul-Saal. Das hat nicht so viel Leben. Kriegst auf jeden Fall den Verrückter rumschauen. Einen gelben Laser, das klein. Geil. Wird mir schlecht, wenn ich da rumzielen muss mit dem Ding irgendwie. Schon mal geschossen. Direkt zum nächsten Bösewicht. So nah, wie ich an den rankomme. Will das sicher fighten. Nein, gar nicht. Unglaublich. Warum kommt mir das auch hier bekannt vor? Da ist viel fight. Viel fetter Gegner fight. Nachkriegt, glaube ich, alle Monik hoffentlich wieder finde. Oh, was haben wir für Suppen da? Ach, Chili-Korn-Karne. Nice. Mit extra Fleisch drauf. Speichern, bevor mich doch was killt. Wie im Moloch. Sicher nicht so nett, die Dinger. Auch wenn er gerade nur in meine Richtung guckt. Hier auf ihm oben. Sehr schön. Das ist legendäres hier. Die legendäre Loot. Ich kriege sie. Hier. Ja. Legendärer Schrott. Ein Auto im Auto. Sehr cool. Schaut ein bisschen nach. Wer ist das Spiel? Oh, wer ist das Spiel? Was mit Mercy und Tracer? Ja, wer ist das Spiel? Ich denke, das ist mit O, oder? Dino. Ist, ist, ist. Immer Outlaws oder Outriders sagen. Und mehr kommt es nicht. Da ist nicht im Kopf rein. Ja. Wieder Frony. Meine Chance. In den Rücken zu stechen. Nein. Schau wieder zur Frony rüber. Warte. Da ist ein Vogel. Uh, gerade noch den Sparta-Kick. Ja, das ist ein Vogel. Diesen Sparta-Kick bin ich nicht ausgewichen. Neue Stufe. Neue Stufe. Neue Stufe. Nice. Nice. Bin ich schon Experte im Flug-Combat. Seit stolz auf mich. So, das Haus haben wir. So, das Haus haben wir. Neue Stufe. Mit legendäre Fallout-Waffe geschnitzt. Auch nicht. Guter-Style. noch eine legendäre waffe das ist doch ein shotgun 340 granate ok granate 244 ein paar granaten haben wir mit 5 schuss wird getestet wird getestet schaut nicht schlecht aus nette forward reference energy drink auch da wo sind wir auf der karte hier neben dem depot links vom depot zwischen den alten und wer da wo wir haben wir doch einen fetten fight sagt doch ich kriege eine legendäre waffe ja schaden schaden fehlt ein bisschen habe ich habe auch nichts gespeckt gleich mit so einer shotgun wo ich rein gelevelt habe macht die shotgun schon zu guten schaden jetzt klinge ich auf mich mit seiner mädchen sparta kick keine muni mehr die sparta kicks sind gefährlich da leckt das ding herum ja ich habe eine mission hier die ich angehen sollte hier ist interessant zu looten was war das das ding da interessiert um ein fight soll ich noch aus der luft kriegen ja das ist eine gewandelte harp hier ich sehe nichts auch deswegen es ist es ihr oder sie sie ist sie hier Essen. Brotenfleisch. Jetzt ist er schon vermisst. Da wären keine. Uh, nicht fliegen bei denen. Nicht fliegen. Zweigluret. Uh. Das wäre... Der Granatwerfer nicht schlecht gewesen. Ich bin auch besser. Ich habe einen Fischer gelockt. Sehr schön. Vielleicht ein bisschen erleichtert. Oder auch nicht, weil ich gerade angeschossen werde. Wie war ein Fight? Sehr schön. Ah, warum kriege ich gerade zu oft die Nuss? Schau dir das an. Aber diesmal hat man eine erklärrichtere Fähigkeit, wenn dann eingesetzt. Nein, er hofft mich zu attackieren in diese Richtung. Mist. Weg mit dir. Richtiger Fight hier drüben. Okay. Wir haben sich gut aufgeteilt. Komm schon, du nicht gegen die Kurve Toren. Nein, nicht schießen. Nicht schießen. Alles außer das. Ach, schuldig. Püsst mich nicht. Püsst mich nicht. Ah. Sehr schön. Gutes Timing. Gutes Timing. Oh, der macht Schaden, der Typ. Ah, wir können uns den Fighter gönnen. Meine XP. Nein. Ich hatte meine XP geklaut. Tote Leichen. Das ist ja ziemlich abgegangen wieder. Ja. Ach. Du nicht auch noch. Weiter, weiter. Weiter. Weiter auf Stand Biest. Da fehlt doch noch einer. Das wollte ich mir meine Brille aufsetzen, damit ich wieder eine gute Loot sehe. Nein. Ich habe versucht. Was ist das? Da sind noch mehrere. Der andere scheint da ziemlich zu chillen. Die Analyse der Kontrollknoten-Chips ergab wenig neue Erkenntnisse. Was denn? Nichts? Nicht einmal ein bisschen? Die Skyons scheinen mehrere künstliche Intelligenzen zu benutzen, um unwichtige und redundante Arbeiten zu erledigen. Okay, das tun viele Menschen ebenfalls. Aber inwieweit sind die Skyons von den Maschinen abhängig? Oder ihnen vielleicht sogar hörig? Dazu konnte ich nichts Relevantes finden. Also nichts. Heißt das dann nicht im Umkehrschluss, dass die Skyons autonom handeln, ohne Abhängigkeit von der Maschine? Meine Berechnungen sind hier nicht eindeutig. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass es so sein könnte? 49,98 Prozent. Ah, das ist in der Tat nicht eindeutig. Wir brauchen noch einen weiteren Scan, um die Tendenzen zu verifizieren. Na schön, machen wir das. Melde dich, wenn du etwas Neues hast. Ja, Commander. Commander, ein Mitglied unserer Gemeinschaft hat sich abgesetzt. Ach ja? Wer ist es? Nöra. Hm, überrascht mich nicht. Sie gehört zu den Alps. Du müsstest ihre Signatur orten können. Wo ist sie hin? Ich speise die Koordinaten ihres Aufenthaltsortes in deinen Adjutor ein. Aha, Ignadon. Wo auch sonst. Ich schätze, sie will ins Depot zurück. Gut, danke. Ich kümmere mich um Nöra, sobald ich Zeit dazu habe. Positiv. Wir haben hier noch einen Fight, Brony. Zwei Bosen. Ich werde hinterm Tisch verstecken. Uh, haben sie eine Granate geworfen. Schade. Ah. Ah, das ist nicht die beste Taktik von euch. Euer Schreibtisch wird euch nicht schützen, Turatoren. Was tut ihr hier hinten? Ah. Die Headpitchen. Okay, gehen wir rein für den Kiel. Ah. Was war das? Was war das wieder für ein Kampf? Protokoll 589. Kontinuierliche Überwachung des neu entdeckten Objektes. Ich bin nicht gut genug. Aussergewöhnlich starke Veränderung der Flugbahn. Die Berichterstattung an Dr. Dawkins erfolgt alle zwei Stunden. Ja, ich glaube, die Episode ist hier vorbei. Ich glaube, wenn ich zurückkomme, werde ich hier weiter looten dann und den ganz schweren Tresor off-camera hacken. Oh, da könnte ich eh beinmal abvermucken-facken. Muke-fuck. Da ist noch ein Tresor. Der wird auch off-camera gehackt. Das interessiert doch keinen. Da ist doch eh kein legendärer Torsteher drin. Okay, okay. Jetzt sind wir fertig. Episode. Oh boy. So.